P8, bitte kommen. Ihr P8, bis jetzt ist doch alles ruhig. Sir, warte auf Befehle. Halten Sie sich bereit und mischen Sie sich unauffällig unter die Leute. Jeden Moment trifft der Polizeipräsident ein. Jawohl, Sir, wo? Standpunkt 39B mit dem Funkcode 128DG. Es gibt keinen Funkcode 128DG von den Standorten 12 bis 42B. Nur einer bei 77DG, aber dort ist die Einsatzgruppe 412KL. Gestatt mit 999R, mit 366K und Schausstattung. Moment, 366Q macht gerade Pause beim Einstand zwischen 56E, IS, links und 12A. Aber 366Q ist nicht unter Funkcode 614S zu erreichen, obwohl 614S die frischen Batterien der Funkgeräte von 145U auf 05J hat. Sind das die Batterien 2377E und F, die die Einsatzgruppe 43H für die Funkgeräte 254T gekauft hat? Aber sicher nicht mit dem Wissen von 36T, weil die bei 12A für ein paar Minuten waren und 412KL nur gesagt haben, nicht mit 366Q tauschen sollen. Achso, ich bin von 366Q nicht über die Aktivitäten von 45C informiert worden. Sie meinen wohl 77T ist, glaube ich, 45C. Aber 45C ist 689PD. Keinesfalls, ich bin 689PD, aber nicht bei 45C, sondern... Ich darf dich trotzdem noch vorher erfahren, wohin der Polizeipräsident kommt. Achso, der Polizeipräsident, der kommt zum rechten Ausgang, links von der Telefonzentrale. Achtung, ich bekomme gerade Informationen, dass Leute von der IOSC mitten auf der Fahrt sind. Die müssen wir kriegen. An alle Einheiten. Verdächtiger wurde gesichtet. Läuft in Richtung Big Ben. Verfolgung aufnehmen. Ende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich hasse euch! Ich hasse euch! Das kann doch nicht sein! Mein Auto! Mein Auto! Oh, ne Idiot! Oh, ne Idioten! Ich hasse euch! Alles Gute zum Geburtstag, Herr Polizeipräsident! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!